hallo freunde und willkommen in diesem video mit ein kleiner tipp für die edge chromium fangemeinde die so scheint es zumindest immer weiter wächst und zwar will ich euch eine option zeigen die für viele edge benutzer denke ich sehr praktisch ist vor allem aber für diejenigen die gerne im fullscreen modus arbeiten wenn wir die f11-taste hier halt drücken dann ich denke das geht ja jeder der fullscreen modus hier geschaltet und die leiste und alle tabs die wir ja vielleicht geöffnet haben verschwinden komplett wenn wir da um die zugreifen wollen auf einen anderen tab oder auf die menüleiste irgendwie müssen wir den screen hier den fullscreen modus wieder deaktivieren entweder mit f11 oder indem wir hier mit der maus mit dem mauszeiger ganz oben auf der seite gehen und eben auf dem x hier drucken sack tab umschalten oder was auch immer wir hier brauchen und dann eben wieder in den fullscreen modus umschalten und ja immerhin und hier halt allerdings geht das auch etwas weniger umständlich und zwar indem wir die sogenannte fullscreen drop down funktion aktivieren diese option ist etwas versteckt beziehungsweise noch experimentell deswegen ist dieser auch auf die flex seite versteckt ja wo alle experimentellen funktionen hier zu finden sind also einfach browser starten age browser und die url zeile hier mit age doppelpunkt slash slash flex und enter auf die flex seite hier gehen hier suchen wir einfach nach fullscreen genau enable fullscreen drop down das ist das hier standardwert ist ja default in dem fall bedeutet hier dass es deaktiviert ist einfach aktivieren hier auf enable umschalten den browser einmal neu starten zack und wenn wir jetzt in den full modus fullscreen modus hier wieder umschalten wie auf immer wird das machen dann sehen wir dass wenn wir mit dem mit der mauszeiger hier ganz oben auf der seite gehen die leiste samt alle tabs automatisch eingeblendet werden und wir können hier hin und hier eben schalten zurück und so weiter also wir brauchen jetzt nicht mehr ständig hin und her schalten zwischen den fullscreen modus wenn wir das wieder beenden wollen dann einfach mit f11 wieder oder eben hier ist der schalter quasi einfach drauf klicken und schon ist der fullscreen modus auch wieder beendet genau also das was im prinzip auch schon alles was ich euch zeigen wollte ich finde diese funktion ziemlich praktisch und dachte dass es für den einen oder anderen auch hilfreich sein könnte wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach ein kommentar hinterlassen abonnieren nicht vergessen über ein like freue ich mich natürlich auch wenn es euch gefallen hat danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal